Diese Haut gehört keinem Teenie, sondern einem Erwachsenen. Spätakne heißt dieser Hautzustand. Vor allem bei Frauen ab 30 ein häufiges Problem. Was genau die Ursachen sind, ist nach wie vor unklar. Es gibt auch Faktoren, die das beeinflussen können. Die Faktoren, die bekannt sind, sind einerseits Stress. Das sind eben genau die Damen, die in sehr stressreichen Berufen arbeiten. Und man geht heute davon aus, dass das körpereigene Cortisol und zusätzlich aber auch das Adrenalin, das Stresshormon, die Akne verschlechtern kann. Weiterer Übeltäter, der die Pickel sprießen lässt, Make-up. Und das, obwohl viele die Hügel im Gesicht damit abdecken. Wo auch Stoffe, Inhaltsstoffe sein können, die sozusagen komedogen wirken. Das sind Stoffe, die die Haut noch zusätzlich verschlechtern, noch zusätzlich die Hautbohren verstopfen. Kommen Hormonschwankungen dazu oder fasst man sich oft mit unsauberen Händen an Wange und Kinn, ist das Pickelgesicht fertig. Die Experten warnen aber davor, sich die Pustel auszudrücken. Denn ein kleiner Pickel könnte schnell zu so einer Entzündung führen. Wenn ich einen Pickel im Gesicht habe, dann bin ich versucht, daran rumzudrücken, den sozusagen auszupressen. Das ist aber genau der falsche Weg, weil dadurch befeuert man mehr oder weniger oft noch die Entzündung beziehungsweise kratzt noch zusätzlich die Läsion auf. Der Dermatologe rät, wer aknefreie Haut möchte, der sollte auf seine Ernährung achten. Man kennt aus Studien, dass vor allem hyperglykämische Ernährung, sprich zuckerhaltige Ernährung oder auch der vermehrte Konsum von Milchprodukten die Akneentstehung befeuern kann. Die Pickel mit Gesichtwaschen loswerden, das funktioniert bei der Spätform der Akne nicht. Denn anders als bei den Teenies ist die Haut trocken. Da muss man dann schauen, dass die Pflegeprodukte und auch das Make-up dementsprechend angepasst wird. Oft ist es so, dass auch in den Make-up-Produkten komedogene Substanzen enthalten sind, wie zum Beispiel Öle, Linola. Und das gilt es zu meiden. Sprich, wenn man ein Make-up benutzt und schon sozusagen an Akne leidet oder die Bereitschaft hat, immer wieder einen Pickel im Gesicht zu entwickeln, sollte man schauen, dass gerade diese Inhaltsstoffe nicht in den Kosmetikprodukten vorhanden sind. Wer all das befolgt, sollte schon bald mit schöner Haut belohnt werden. Und das wohl hoffentlich noch, bevor dann die ersten Falten kommen.